Willkommen Freunde, ich bin der Haus und ich zeige euch heute die meiner Meinung nach 5 sexiest female Warframes. Kleine Warnung am Rande, es könnte durchaus sein, dass das Video nicht unbedingt für Kinder geeignet ist. Aber ansonsten wünsche ich viel Spaß, Platz 5. Untertitelung des ZDF, 2020 Platz 4 Platz 5 Platz 3 Platz 2 Platz 2 Platz 2 Platz 2 Platz 2 Und meine Nummer 1 Platz 2 Danke fürs Zuschauen, der haust raus und tschüss!